Ich denke, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben den Ballbesitz gut ausgespielt, bis zum 16er, bis zum Abschluss und waren einfach nicht konsequent genug heute. Klar, wir haben Chance um Chance gehabt in dem Spiel, auch selbst in Führung zu gehen. Wenn man dann noch hört, gut, dass kein Abseits war, umso bitterer. Der Gegner hat dann eine Chance, die er gleich eiskalt nutzt und das ist umso ärgerlicher für uns. Gut, es ist klar, dass wir am Ende den Raum für die Gegner bieten. Wir mussten hinten aufmachen, wir lagen mit einem Tor oder mit zwei sogar hinten und dass sich dann Räume für den Gegner geben, ist ganz normal. Wir wollten natürlich hier und heute den Einzug in die K.O.-Phase perfekt machen. Jetzt haben wir noch eine zweite Chance in Lille. Von Druck würde ich jetzt noch nicht sprechen. Die Mannschaft, ich denke, man hat gesehen, wir sind gut drauf. Vielleicht hat uns heute einfach das letzte Quäntchen Glück und die Konsequenz gefehlt.